Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll dauert offenbar mindestens 15 Jahre länger als geplant. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf interne Unterlagen der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Demnach könnte frühestens 2046 feststehen, wo der Atommüll in Deutschland gelagert werden soll. Möglicherweise auch erst im Jahr 2068. Grund für die Verzögerung ist offenbar ein höherer Aufwand bei der Auswertung geologischer Daten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017